Hallo Leute und herzlich Willkommen zu Red Dead Redemption 2. Wir müssen hier runter. Und zwar, wieso? Mann, wieso hatten wir mich doppelt? Ich verstehe es nicht. Ich muss das echt mal fixen. Hier unten ist nämlich Micah mit dem Redenwitz. Wie du gehst, scouting und enden in der Jäule? Dutch sagte, du war ein großer Schatten, aus einem kleinen Baum. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich dachte, du war ein schwerer Mann. Nicht einer dieser Leute, die versuchen, zu schützen seine Räden. Ich weiß nur, dass wenn alles real ist, du... Yellow. ...lose dein Kopf. Yellow. Ich glaube, du wirst mit mir zu robben, der Banking-Koch kommt über diese Zeit in der Strawberry. Ich hörte einen von den O'Driscoll-Geräusern über die Zeit, während ich in der Zeit war. Du und mich? Du robben? Das war's, was ich gesagt, nicht? Nachdem du. Hehehehe. Hier. 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 Macht euch gefasst. Jetzt bin ich irgendwie die Hirnlustruher natürlich auch. Das können wir gleich mitziehen. Let's go. Oder? Hier. Woher? Achte Zeit! neatly Fregation! Geh, Achte!!! Ich raus! Okay, jetzt gehts los. Bin bisschen langsamer, eigentlich gerade. Komm! Ich komm! Ah, mein Bruder Maica. Oh, Ç strategically bin kurz mal angesehen... Also geschossen. Können wir eigentlich auch auf die Pferde schießen? C puella schießen wir doch auf die Pferde. dann fallen die runter, dann können die nicht mehr mithalten. Digger, das Treffer braucht nichts. Richtig sollten wir auch den Kutscher noch treffen. Oh Gott, oh nee, wo fahre ich wieder hin? Also laufe ich. Oh, Pferd und Mane in einem. Natürlich tut mir das leid, wie das Pferd, aber ich muss das machen. Scheiße, Mike ist gestorben. Ja, aber das Problem ist, wir wollen halt rumschüsse für beide Waffen. Das ist ein bisschen doof. Okay, wir müssen tatsächlich, ähm... Achso, nee, wir müssen die Wachen angreifen und die Postkutscher anhalten. Wir sollten möglichst auf Headshot gehen, genau. Alter, jetzt rassier ich ja alles weg. Oh, boah. Oh, fuck, jetzt haben wir voll, äh... Rückstand. Och, man. Wir müssen wieder präzis arbeiten und ich glaube, wir müssen auch direkt den Postkutscher abschießen. Also den Fahrer, weil dann halt die Postkutscher halt an. Von der 319 wieder auf die da vorne. Oh, schießt, schlag, schlag, schlag. Schlag den doch. Hä, was? Äh, was passiert hier? What? Nee, ich will die nicht überspringen, ich will das jetzt schaffen. Warte, wir springen direkt auf den Wagen. Nope. Oder auch nicht. So rüber, genau. Wo, 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 what? Scheiße. Oh, nee, jetzt habe ich Schaden bekommen und jetzt ist Michael. Halt es noch welche? Ich glaube nicht. Okay, ich kann die Maske wieder runternehmen. Das ist doch gut gelaufen. Ach, scheiße, warte mal. Oh, scheiße. Oh, Gott. Ja, ja, komm, scheiß drauf jetzt. Oh, Headshot zweimal hintereinander. Komm, hol ihn einfach. Oh, lol. Der ist auch tot. Wie viel kommt denn da? Oh, hier drüben ist noch einer. Bin ich scheiße. Oh, mein Gott, bin ich scheiße. Das wäre so einfach gewesen. Naja, müssen wir jetzt nochmal alles machen. Oh, nee. Alter, das war mal eine Schießerei. Das war mal eine Schießerei. Oh, scheiß drauf, ey. Eigentlich müssen wir den noch kurz ausschalten. Ich hole den mal noch kurz ein. Scheiße, das Verbrechen wurde gemeldet. Ja, wurde dann. Wir müssen jetzt ganz dringend los eigentlich. Oh, oh. Jetzt habe ich ein Problem. Oh, Leute. Ähm. Das war's mit dieser Vulgarated Redemption 2. Ähm, ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal, Leute.